Worauf wir auch noch kurz reagieren müssen, ist die Festnahme beim Einsatz in Berlin. Es wurde, ich hätte gerade fast gesagt, wieder mal, aber das stimmt nicht, nach RAF-Terroristen gefahndet. Und die Fahndung wird natürlich nicht immer wieder aufgenommen, sondern diese Fahndung besteht seitdem. Und sobald es Hinweise gibt, verdichtet sich das natürlich. Und ja, nach diesen Leuten wird immer noch mit Nachdruck gefahndet. Es ist nicht so, als ob die Leben in Angst und die Leben im Schatten leben. Also diese Menschen, das ist Thema bei der Polizei, ich kann euch sagen, die Fahndungsbilder hängen auf jeder Dienststelle. Und da läufst du am Tag, ich weiß nicht wie oft vorbei, du weißt, wie diese Menschen aussehen als Polizist. Und auch als normaler Bürger vielleicht nicht, aber jeder Polizist auf einer normalen Polizeidienststelle, die ich kenne in Niedersachsen, läuft an diesen Fahndungsbildern vorbei. Das ist immer noch ein riesiges Thema. So, wir gehen rein. Im Zusammenhang mit der Fahndung nach den ehemaligen RAF-Terroristen Staub und Garweg hat die Polizei heute früh in Berlin mehrere Personen vorläufig festgenommen. An dem Großeinsatz waren auch das LKA Niedersachsen und das... Ich wusste es! Ich hab noch auf den Bildern gesehen, dass da Niedersachsen-Pferde drauf sein müssen. Das war... Ja, 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 ja. Das Bundeskriminalamt beteiligt. Die beiden Gesuchten, Staub und Garweg, seien nicht unter den Festgenommenen, teilte eine Polizeisprecherin inzwischen mit. Großeinsatz der Polizei... Klar, Alter. Ich war mir so sicher. ...heute Morgen in Berlin Friedrichshain. Gesucht werden die beiden ehemaligen RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub. An den Durchsuchungen auf einem Bauwagengelände sind rund 130 Beamte beteiligt, darunter auch das LKA Niedersachsen... Ja. ...und das Bundeskriminalamt. Gestern waren Staatsanwaltschaft und LKA mit neuen Fotos an die Öffentlichkeit gegangen, die den 55-jährigen Garweg zeigen sollen. Er hatte sich offenbar kürzlich auch mit seiner ehemaligen Komplizin, der am Montag festgenommenen Daniela Klette, getroffen. Das waren sehr aktuelle Fotos, die vermutlich von Daniela Klette stammten, möglicherweise in der Wohnung von ihr gefunden wurden. Das heißt, das LKA Niedersachsen hat dann nochmal den Fahndungsdruck erhöht und möglicherweise ist diese Razzia oder diese Durchsuchung heute schon ein erstes Ergebnis dieser Fahndung. Bei dem Polizeieinsatz heute werden dann mehrere Menschen in Gewahrsam genommen. Die gesuchten Garweg und Staub. Ich wusste es doch, dass das Niedersachsen-Pferde sind. Schon zwei, drei Leute erkannt hier gerade. Die gesuchten Garweg erkenne ich doch bis hierher. Logisch, am Gang. Klar. Johannes Koch in Lüneburg. Offenbar sind Staub und Garweg also nicht unter den in Gewahrsam genommenen. Wie groß ist denn die Enttäuschung bei den Ermittelnden? Also so ganz offiziell gibt es da natürlich keine Auskünfte, aber ich vermute mal, die Enttäuschung, die hält sich in Grenzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen immer mal wieder solche... Das Krasse ist ja, für euch sehen die ja alle gleich aus mit Maske, nur halt in groß oder klein. Aber wenn du mit denen arbeitest, dann erkennst du die irgendwann von hinten am Gang oder wie die stehen. Also das ist wild. ...Razzien, solche Zugriffe erleben werden. Einfach deshalb, weil der Fahndungsdruck von den Behörden jetzt ja noch einmal mit neuen Fotos auch erhöht wurde. Und man aber ja nie genau weiß, wie gefährlich sind Garweg und Staub. Welche Waffen haben sie möglicherweise zur Verfügung? Deshalb wird es auch ganz oft immer wieder solche Großaufgebote von Polizei geben, die dann möglicherweise einen Zugriff planen. Das heißt, ich glaube, die Enttäuschung ist nicht allzu hoch. Weiß man denn mittlerweile, welche Informationen nach Berlin Friedrichshain geführt haben? Nein, dazu sagt das LKA bisher nichts. Aber es gibt ja seit gestern diese neuen Fotos. Wir haben es gerade eben im Beitrag gesehen. Und es ist durchaus möglich, dass daraufhin ein Tipp an die Polizei gekommen ist. Es gibt inzwischen auch ein anonymes Tippgeberportal von der Polizei. Das heißt, wenn man einen Hinweis geben möchte, kann man das auch komplett anonym machen. Aber welcher Hinweis jetzt genau nach Friedrichshain in diese Wagenburg, in diesem Bereich da geführt hat, das ist noch unklar. Sie sind ja da dran, auch an den Ermittlungen rund um die am Montag festgenommene Daniela Klette. Wie viel erhofft man sich von ihr selbst an Hinweisen? Also ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass Klette selbst in den Verhören etwas sagen wird. Das kennt man von anderen RAF-Mitgliedern und Ex-Terroristen, dass die nicht unbedingt so gesprächsfreudig sind. Aber vielleicht muss sie ja auch gar nichts sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch diese neuen Fotos, die jetzt veröffentlicht wurden, auch aus dem Umfeld von Klette kommen, also möglicherweise in ihrer Wohnung gefunden wurden. Das heißt, allein der Zugriff auf Klette kann schon neue Hinweise bringen. Sie selber muss da gar nicht mithelfen. Noch zur Einordnung, Festnahmen in Berlin, aber das LKA Niedersachsen ist federführend. Wie passt das denn zusammen? Da kommen wir doch. Naja, das LKA Niedersachsen sucht seit neun Jahren nach Klette und ihren beiden Komplizen. Yes, das war bei uns, wie gesagt, kein Witz. In Niedersachsen war das ein Ding. Gar nicht unbedingt wegen ihrer RAF-Vergangenheit, sondern vielmehr deshalb, weil das Trio hier in den vergangenen Jahren in Niedersachsen, aber auch in NRW, immer wieder wohl Raubüberfälle begangen haben soll und dabei Spuren hinterlassen hat. DNA-Spuren, Fingerabdrücke, auch Videoaufnahmen gibt es von diesen Überfällen. So ist man den dreien wieder auf die Spur gekommen und hat eben den Fahndungsdruck erhöht, immer weiter gesucht, auch im Ausland. Ein LKA-Beamter sagte bei der Pressekonferenz am Dienstag, man stand auch vor vielen verschlossenen Türen und falschen Türen, auch im europäischen Ausland. Nun hat man aber eben zumindest Daniela Klette gefunden. Aber die Suche, die ist ja schon ein bisschen länger. Sogar das Facebook-Profil von Daniela Klette unter ihrem Pseudonym Claudia war ja öffentlich. Warum ist man nicht schneller in den Ermittlungen? Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich die Ermittler auch gefallen lassen müssen. Es gibt ja auch ARD-Kollegen, die für einen Podcast mit dem Namen Legion schon auch länger an Klettes Fersen waren und sie gefunden haben über eine künstliche Intelligenz, mit der sie das Internet nach Fotos von Klette durchführen. Ja, sowas darf die Polizei aber nicht. Darauf angesprochen sagte der Präsident des niedersächsischen Landeskriminalamtes zuletzt, naja, die Polizei habe zwar Mittel, die man benutzen könnte, aber eben nicht benutzen darf. Dazu zählt unter anderem auch künstliche Intelligenz, dagegen sprechen dann, so ist es nun mal, Datenschutzgründe. Das heißt, es gibt da durchaus Ermittlungsschritte, die vielleicht jemand anderes macht, ob er das machen darf, weiß man nicht. Aber die Polizei darf es zumindest nicht. Und so muss man sich natürlich die Frage gefallen lassen, warum hat das so lange gedauert? Experten sagen durchaus, diese Festnahme von Klette und auch dieser Fahndungsdruck jetzt, das ist ein Meilenstein, aber dass es eben 30 Jahre gedauert hat, ist ja keine Meisterleistung. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Danke Johannes Koch in Lüneburg. Ja, ist keine Meisterleistung, aber ihr müsst auch mal überlegen, der Fahndungsdruck war trotzdem so hoch. Ey, die mussten Raubüberfälle machen, die konnten nicht normal arbeiten gehen. Das ist völlig wild. Wusstest du, dass keine SE-Kräfte Klette festgenommen haben? Ja, wusste ich. Das ist völlig wild.